Wir müssen keine Kernprovinz machen, fällt mir gerade auf, mit Dedi. Verbesserung der Handelstechnologie. Geld spielt keine Rolle oder wir holen uns nur mal die 10 Punkte. Und warten jetzt einfach mal ab. So, wir haben jetzt hier 43. Das sind ein bisschen zu viel hier oben. Hätten wir 41, 42 hier drüben. Dann werden wir hier mal einmal weg. Nochmal einmal weg. Der Rest geht hier rüber. Wir fahren die Burgen wieder runter. Überlassen sich der Irem Drill. Okay, Timurinreich sieht immer noch ganz gut aus. Ist offenbar nicht gewachsen bisher. Und hier müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis wir hier annektieren können. 1596. Sieben Jahre. Aber erstmal müsste das hier weitergehen. Diplomatische Reputation ist die jetzt im Keller. Minus 1,93. Das geht noch. Das geht. Eigentlich müsste sich jetzt hier was verändern. 16.773 Tage ist er schon am Annektieren. Der arbeitet sich die Finger wund. Ja, 0,1% geht es jetzt nur noch vorwärts. Aber irgendwann muss das 3% weg. Irgendwann ist es weg. Und dann geht es auch wieder schneller vorwärts. Die Terzkog aus Pugniab. Ja. Das können wir machen hier oben. Ich weiß nicht, was er will. Vielleicht will er D-Di angreifen. Oder einfach nur rumlaufen. Kalahandi. Kalahandi ist hier unten. Putsch in Uth. Der Aufstieg einer Hindu-Dynastie in Uth hat die muslimischen Führungsschichten in der Gegend erzürnt. Eine Revolte. Okay. Hier drin. Die Kunst ist es, das Annektieren so zu timen, dass mehrere im gleichen Monat fertig werden. Das stelle ich mir aber schwierig vor. Vor allem, wenn die ja unterschiedlich groß sind. Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das geht gar nicht. Das kann niemand. Gut. Wie können wir die aggressive Expansion senken? Gibt es irgendeine Möglichkeit? Wie man das relativ schnell senken kann? Okay. D-Di ist schon wieder unter Zugzwang jetzt hier. Gegen Orisa und Mogaug und Kale. Da wird D-Di jetzt offenbar zerrissen. So, wie sieht es aus mit der Institution? Wir haben jetzt 40% noch. Ist jetzt globaler Handel? Ist der auch schon? Nein. Also globaler Handel noch nicht. Drucker Presse ist momentan der heiße Shit. Gut. Das heißt, da müssten wir hier nochmal irgendwo investieren, wo es etwas günstiger ist. Hier haben wir 30% schon. Hier bei 6% zum Beispiel. Aber da sind wir mit Kolonialismus noch nicht durch. Wir brauchen eine Provinz, wo wir mit Kolonialismus schon durch sind. Und die günstig ist. Die hier. Die ist aber jetzt nicht zentral. Das heißt, uns geht da eine Provinz verloren. Haben wir hier irgendwo eine in der Mitte. Die hier ist doch perfekt. Die hat Kolonialismus schon fertig. Hat eine geringe Entwicklung. Und die Drucker Presse können wir jetzt fördern. Mal gucken. 3,60. Okay, wir machen das mal. Fangen wir mal die Punkte raus. Und jetzt sind wir bei 22,48. Das Problem ist, dass uns das jetzt noch nichts hilft. Das hilft uns noch nichts. Erst bei 100%. Breitet sie sich aus. Seht ihr? Wieso ist die nicht gestreift? Eigentlich müsste die gestreift sein. Die Provinzfrage. Wir beanspruchen eine der Provinzen unseres Untertanen. Panipat. Panipat. Panipat ist hier oben. Nehmt die Provinzabfall von Panipat nach Mewa. Garvals Meinung ändert sich um minus 70. Verzichtet auf den Anspruch. Ja, das können wir machen. Wird ja eh demnächst integriert. In 100 Jahren oder so. Passt. So, schau mal eben in den Missionsbaum. In oben. Das ist das hier unten. Das wir noch machen müssen. Und das hier. Dafür brauchen wir die Provinzen nochmal. Das wären quasi die, von denen wir befreit haben. Und eine Provinz hier von Dini nochmal. So, 8000 sind hier gespawnt. Mal gucken, ob er sich jetzt darum kümmert. Wer rüber läuft. Oder ob er gar nichts macht. Normalerweise müsste er mit seinen 6000 das Ganze schaffen. Wahrscheinlich müssen wir ihm zu Hilfe kommen. Jetzt sind es nur noch 7,5. Padnanische Bauern. So, eine neue Debatte steht an. Kostentechnologie 5% weniger. Oder Seeleute und Schiffe. Oder Kostenberater 10% weniger. Oder Kostenkulturänderung 15% weniger. Oder Unterhalt Armee, Verschleißarmee 5% und 10%. Ich nehme lieber das mit dem Unterhalt Armee. Die Kosten für Technologie, die 5%. Können wir aktuell noch nicht wirklich gebrauchen. Ich nehme das mit dem Unterhalt, damit wir wieder etwas Geld bekommen. Oh, wobei wir haben eh schon wieder 1400. 5 Prestige verlieren. Korruption, Prestige verlieren. Diplomatische Punkte. 3 brauchen wir noch. Legitimität verlieren will ich nicht. Oh, 97. Okay. Also, er macht gar nichts. Er holt sich einfach wieder nur die Provinz zurück. Naja, wir lassen die mal hier rummachen. Jeder spioniert bei uns. Oh, unser General ist tot. Mink spioniert. Timuride spioniert. Ganz schrecklich. Wir brauchen einen neuen Anführer. Oh, der ist schon besser jetzt. Der ist schon besser. Hat zwei Belagerungen. Endlich. Endlich. Hat irgendjemand einen Tipp, wie ich aktiv die aggressive Expansion senken kann. Weil ansonsten müssen wir hier einfach abwarten jetzt. Können nichts anderes tun. Und jetzt hier im Zeitalter der Reformation ist ja nichts mit dabei. Da war ja nichts mit dabei mit der aggressiven Expansion. Ging das nicht über die... Ich glaube, das ging sogar über die diplomatische Reputation. Je nachdem, wie hoch die ist, umso schneller war das doch mit dem Sinken der aggressiven Expansion, dachte ich. Odessa Startsehe ist mittlerweile vorbei. Das ist gut. Wir sind jetzt wieder im Limit. Haben wir einen Fokus gesetzt. Wir haben auf Admin-Technologie den Fokus gesetzt. Den würde ich gerne ändern. Und zwar eher auf Militär. Okay, Nepal hat das hier eingenommen. Das heißt, wir müssen Nepal dann... Ja, müssen wir militärisch besiegen. Wir werden das Bündnis auflösen. Aber erst... Sonst haben wir nämlich wieder Minus 1. Erst werden wir das hier haben. Hat sich das jetzt wieder verkleinert? Geht das rückwärts jetzt? 49,5. Ich dachte, wir wären schon über 50 gewesen. Komischerweise hat sich hier noch nichts geändert. Aber wir müssen Nepal militärisch dann übernehmen. Weil wenn ich jetzt hier das Bündnis auflöse, dann haben wir hier wieder nochmal Minus 1 drin. Ich warte ja jetzt, dass der Malus mit der annektierten Untertanen, die Minus 3, endlich mal weg sind. Wenn die weg sind, dann können wir auch endlich mal die Annexion fertigstellen. Endlich mal. Irgendwann können wir ja in der Zwischenzeit noch was bauen für mehr Geld. Wir haben plus 31,69. Ich glaube, da ist jetzt aber auch die Kriegsreparation noch von irgendeinem Krieg mit dabei. Ich glaube, von Belutschistan. Deswegen verdienen wir momentan so viel. Also wir bauen noch ein bisschen was. Am besten eine Manufaktur. 0,6. Bauen wir nochmal eine. 0,57. Tempel. Da hätten wir noch zweimal 0,2. Das muss erstmal reichen. Ein bisschen Puffer. Will ich mir noch behalten. Es gehen die Gerüchte um, dass Biapass einen Angriff auf Timuridenreich vorbereitet. Biapass. Das muss aber hier Das hier Biapass. Wie viele haben die denn Einheiten? Das dient sich gegen das Timuridenreich. 17.000. Der Timuride hat 13.000. Gar nicht mal so viel. Theoretisch könnten wir jetzt gegen Ach, der führt momentan noch Krieg. Theoretisch schon wieder gegen Ming. Also Ming will es echt wissen jetzt. Die Euraten sind auch sehr groß. Die Blutstadt von Ming ist das. Ming will sich offenbar ziemlich viel einverleiben. Habe ich das Gefühl. Oh. Das heißt, jetzt muss hier aber was losgehen. Jetzt haben wir hier Plus 1,21. Wir schauen mal, wie das jetzt steigt. 50,9. 51,3. 0,4. Das ist nicht viel. Aber besser als nichts. Ein paar Monate dauert es noch. Ach, schön. Na, schön. Adelige fordern alte Rechte wieder. Fortschritt der Regierungsreform. Minus 25. Drinnen. Minus 25 Punkte. Drei Puten gewinnen. Zehn Loyalität. Oder ein Stabilität verlieren. Pff. Mist. Das ist echt blöd jetzt, dass der das übernommen hat. Wir hätten ihm Unabhängigkeit. Nee, nicht Unabhängigkeit gewähren sollen. Wir hätten. Ah, shit. Wir hätten irgendwie, keine Ahnung, eine Warnung aussprechen müssen. Sowas hätten wir machen müssen. Ich glaube, das war's. Ich schaue nochmal rein, damit er die angrenzenden Provinzen in Ruhe lassen soll. Wir schauen mal. Warnung. Kann ich das überhaupt machen, wenn ich mit ihm ein Bündnis habe? Warnung aussprechen. Wird uns in den Krieg rufen, wenn sie einen unserer Nachbarn angreifen? Es kann er sein oder er sein. Ja, machen wir mal. Falls er wirklich so dumm ist, dann müssen wir ihm nicht den Krieg erklären und können ihm dann eventuell Provinzen abnehmen. Wir machen das mal. Deine Ländereien werden zu gegebener Zeit auch zu Ming gehören. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Also ich habe es vorhin ja schon gesagt, weil ich hätte jetzt gar nichts dagegen, wenn Ming jetzt uns quasi dann in Tribut nimmt. weil wir ja trotzdem dann hier noch weiter Krieg führen können und wir haben dann, wir sind dann quasi ja stehen unter den Fittichen von Ming. Hätte ich kein Problem. Schon wieder Verrat gegen Mewa. Schon wieder. Das gibt es doch nicht. Frechheit hier. Nepal den Krieg erklärt zu. Stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an. Nepal wird über kurz oder lang fallen. Da kannst du dich auf den Kopf stellen oder keine Ahnung deinen Nickname ändern. Wie du willst. Irgendwann müssen diese Provinzen hier uns gehören. wie lange geht eigentlich das Spiel bis 1800 irgendwas, oder? Das heißt, wir haben noch 200 Jahre. Was nicht mehr ganz so viel ist. So, hier sind wir bei 57 jetzt. Wir haben einen Waffenstillstand bis nur noch zwei Jahre. Okay, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem. dann haben wir eins, zwei, drei, vier, ja. Okay. Wenn wir in dem Monat, aber es hilft auch nichts, wenn wir Belutschistan dann gleich den Krieg erklären, im gleichen Monat, wo der Waffenstillstand ausläuft, kann er sich dann noch einer Koalition anschließen. Geht das, dass er sich dann einer Koalition anschließt, während wir Krieg mit ihm führen? Oder ist er dann gebunden, dass er mal erst den Krieg fertig macht? Dann würde ich ihn nämlich angreifen, würde ihn quasi irgendwie Kriegsreparation oder sonst was machen, also keine Gebiete abnehmen, und dann hätten wir wieder einen Waffenstillstand. Aber ich denke mal, ich denke mal, das wird dann, das wird nicht so klappen, weil das wäre ja dann irgendwie, da könnte man ja unendlich einfach immer wieder einen Gegner angreifen und den dann dazu zwingen, dass er sich nicht anschließt. Es geht nicht, im Krieg kann er nicht in die Koalition, aber dann macht es doch Sinn. Wenn man beim auslaufenden Waffenstillstand 1595, wenn er dann immer noch über 50 aggressive Expansion hat, dann würde ich ihm einfach mal den Krieg erklären. Schau mal eben, ob wir einen Kriegsgrund haben. Ah, wir müssen vorher schon mal einen fertigen, es kommt mit, oh, Chagatai und Pujab, Chagatai ist doch ziemlich groß. War Chagatai nicht hier oben? Chagatai? Nö. Chagatai? Doch, hier oben irgendwo. What? Chagatai hier. Die sind aber ganz schön geschrumpft jetzt. Die waren hier schon mal größer. Auf diese Weise kannst du Koalis auch verhindern, wenn du direkt beim Auslaufen sofort anwerbst. Das habe ich eben gemeint, ja. Ah, gängige EU4-Praxis, wenn man World Conquest spielt. Also hallo, dann habe ich ja hier mal eine eigene Technik quasi erfunden, die es zwar schon gibt, aber auf die ich selber gekommen bin. Schön. Wir müssen jetzt nur erstmal hier einen Anspruch fingieren. Damit wir dann einen Kriegsgrund haben. Außerdem, Beluchistan hat ja nicht viele Einheiten gehabt. Reicht's, wenn wir eventuell nur mit einer Mannschaft drüberlaufen. wie Beluchistan 10.000, ja. Mal schauen, vielleicht ist er ja trotzdem unter 50. Wir haben schon wieder so viel Geld. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich die Kohle alles rausschmeißen soll. Wieso? Jetzt sind wir erst bei 58. Partner ist das hier. Und hier unten haben wir auch noch was. Den können wir aber auch nicht annektieren, richtig? Weil er nicht angrenzt an uns. Sie muss eine Kernprovinz besitzen. Ja, die innerhalb unserer Reichweite liegt. Grisella Kings kannst du ja wenigstens die Verteidigungspakte ausschalten, auch im Iron Man Modus. Es wäre schön, wenn man das hier mit der aggressiven Expansion auch machen könnte. 11.000. Das wäre schön. Das wäre schön. Oh, wir können Versorgungsdepot bauen. Gibt Versorgungslimit 50% mehr. Habe ich auch noch nie gebaut. 50% mehr. so, in eine Idee kann investiert werden. Zwangsdienst, Kostenregimente 10% weniger. Wo haben wir denn vorhin investiert? Ich glaube, war das das hier? Nein. Jetzt finde ich die Provinz nicht mehr. da ist sie. Mand Sau, oder war das mit der Druckerpresse? 22% Das heißt, da können wir wieder ein bisschen Punkte rausschmeißen. Aber jetzt sind wir auch bei 30. Das heißt, wir müssen ja doch wieder so viel dann investieren. Damit wir hier auf die 100% kommen. Okay. Ich glaube, so ein bisschen habe ich es jetzt verstanden. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Oh, schön. 100.000 Rekrutendeserve. Schmuggler treiben ihr Unwesen. Stoppt sie. Wir verlieren Dukaten oder Handelseffizienz verlieren, Steuernahmen verlieren oder es muss einen besseren Weg geben. Wir verlieren ein bisschen weniger Dukaten. Das ist sehr geflüchtet. Erbunden sind theoretische Nationalisten von Orisa. da. Na gut. So, hier ist voll gedrillt. Wie viel haben wir jetzt schon? 24% So, Kimi, was ist los? Drei Kriegeführer bei zwei sieht schlecht aus, bei Ming auch jetzt und Biapass das sieht gut aus. Also wahrscheinlich wird er jetzt dann von Ming integriert beziehungsweise als Debutsstatt dann aufgenommen. Unruhe, Steuereinnahmen, Produktionseffizienz oder Kostenstabilität. Wir nehmen die Steuereinnahmen. Kohle ist immer gut. Ich darf nur jetzt nicht verpassen, dass jetzt hier der bald ausläuft. 15,95 Moment mal. Im Mai. Oh, wir sind ja schon fast weit. Aufgemerkt. Und im Mai ist es soweit. 15,95 Das heißt, wir schauen mal eben auf die falsche Karte Koalition. Ah, Moment. So. 51 hat er. Soll wir da jetzt Krieg erklären? Mit 51? Oder riskieren wir es? anywhere? Das ist auch wie wir in die wir in wir